Servus bei MontanaCars. Heute Projektvorstellung, kein Technikvideo, sondern Vorstellung von Projekten. Ich habe euch ja gesagt, in Paul sein 90er wird das erste Thema sein. Motor haben wir euch schon vorgestellt, heute wird es um die Karosse gehen. Wie ein paar von euch schon festgestellt haben wahrscheinlich, die Haare sind ab. Also wieder deutlich kürzer, wieder windschnittiger beim Autofahren. Das ist der Helm wieder besser. Also, jetzt wollen wir euch vorstellen, die Karosse von Paul sein 90er. Ich will euch mal erzählen, wie momentan der Stand ist, was passiert ist, was noch passieren wird. Dann könnt ihr euch selber davon ein Bild machen. Ja, 90er Typ 85 B2 Quattro. Unterschied zum 80er, karossentechnisch eigentlich keiner. 80er B2 Facelift allerdings. Vor Facelift war nicht identisch zum 90er. Der 90er mit den großen Stoßstangen hat eigentlich ganz gut gepasst und war ein Auto aus Österreich, was im ersten Blick ganz gut ausgeschaut hat. Im zweiten Blick, naja, wieder viel Schweißarbeiten von fast vier Wochen. Aber die Bilder blende ich euch oben dann mal ein. Dann könnte ich mal ein Bild machen, was wir da alles gemacht haben, was alles passiert ist. Die erste Überlegung war, wie man es von den Sportquattros gewohnt ist. Wir machen die Seitenteile, die ganzen Sachen aus Carbon. Also wir kaufen uns Carbon Seitenteile vom Urquattro und wollen diese Urquattro Breite dadurch aufsetzen. Klang gut, funktioniert aus meiner Sicht total beschissen. Also Metall. Gut, Urquattro Seitenteile aus Metall. Kann sich jeder vorstellen, wachsen mittlerweile am Baum. Gibt es also sehr, sehr selten. Der Gedanke dahinter war dann am Schluss, das Ganze so zu gestalten, dass man das so baut, dass wir jetzt die Formel dann irgendwann abnehmen können, beziehungsweise abgenommen haben und davon einen Carbon Bausatz bauen, der also dann eins zu eins Ersatz für das originale Seitenteil dann bildet und nicht mehr so kompliziert ist, wenn man nur ein reines Urquattro Seitenteil hat. Also ganz klar, Urquattro Kotflügel passen eins zu eins, die wiederum nicht. Wir haben die gekauft als GFK. Passt so gut wie gar nicht. Wir haben jetzt Originale abgeformt bei uns. Das passt deutlich besser. Was bekanntes Thema ist vom Audi S2, hier die Domlager aufgeschweißt, der ganze Motorraum einmal entlackt und beziehungsweise entrostet und dann einmal schwarz glänzend lackiert. Bitte nicht stören, sauber ist er noch nicht. Das Ganze ist ja in progress. Die Farbe, das kann man gleich dazu sagen, ist eine alte, bekannte Farbe vom E30, ein relativ graues, äh, relativ raues Grau vom E30 BMW. Gefällt mir ganz gut, hat mir schon seit 20 Jahren gut gefallen, wollte dir mal Auto lackieren. Paul fand es auch ganz cool. Was passiert ist, die Karosse ist, nachdem sie einmal gespachtelt wurde, ist sie von mir einmal in der Garage lackiert und um einmal die Farbe haben, den Übergängern und so weiter in den Details und geht jetzt dann nochmal zum Lackierer. Bloß für diejenigen wegen Thema Lackieren, Farbunterschiede und so weiter. Primär ist es losgegangen, wir haben die Schweller vom Typ 85 ersetzt mit Urquattro-Schweller, also abgeschnitten, eingeschweißt. Was sich nicht ganz so einfach gestaltet wie beim Coupé, weil nämlich ja wir einen Türholm dazwischen haben und die Gasse, der als Schweller ist nicht 100% gerade läuft, sondern eben ein bisschen einen Versatz hat und ein bisschen eine Form. Das heißt, es war ein bisschen mehr Aufwand als beim normalen Coupé, hat sich aber rentiert und passt einwandfrei. Dann ging es los. Türe, Seitenteile. Bilder blende ich euch wieder oben ein, aufsetzen, die Thematik oben drauf schrauben, einmal gucken, wie das Ganze ausschaut. Sieht wunderbar aus, man setzt es drauf, passt, denkt man sich, einwandfrei. Man hat natürlich nicht daran gedacht, dass dieser Versatz hier irgendwann mal nur noch drei, vier Zentimeter breit ist. Das heißt, eine wackelige Geschichte bildet und jeder, der mit Karosseriearbeiten schon mal zu tun hatte, kann sich vorstellen oder kann sich Gedanken davon machen, wenn ich ein Pressteil habe, das diese Kontur hat wie ein Urquattro-Seitenteil und dann hier anfange, die Seitenteile zu zerschneiden, fängt das an, durch die Eigenspannung wieder so aus zu schauen. Also das war relativ tricky. Nächstes Thema war dann, dass das praktisch das hintere Teil vom Coupé nicht zum Urquattro passt. Das heißt, der Coupé steht deutlich weiter aus. Man musste also alle Rundungen hin vom Radlauf bis zu dieser Rundung hier bis unten komplett neu formen. Was jetzt dann ein Riesenvorteil ist, wenn das Karbon-Seitenteil da ist, kann ich es eins zu eins draufsetzen, braucht man keine Gedanken machen, das passt eins zu eins. Also viel, viel weniger Aufwand wie mit dem Blech. Thematikübergang, Tür und Seitenteil, wollen wir nicht drüber reden, das war ein Sauaufwand. Also, dass das einigermaßen so passt, ist wirklich irre. Wie gesagt, jetzt dann beim Lackierer bin ich froh, wenn das Ganze einmal so dasteht und dann ist das Thema auch mal durch. Wie gesagt, ich bin ja ein Karbon-Mensch. Blech, naja gut, viel Arbeit, aber tatsächlich gut. Wir haben das Ganze dann natürlich wie B2-Technik immer das Gleiche. Die Bodenwanne war durch, es waren viele, das Abschlussblech unten durch, es waren viele Löcher in den Radläufen vorne, hinten. Ergebnis davon war, wir haben das Auto einmal aufs Drehgestell, auf den Spieß gestellt, kompletter Unterboden raus, alle Löcher runter gemacht, alle Roststellen versiegelt, rausgeschnitten, neue Bleche rein. Seht ihr auch Bilder. Also das war tatsächlich was, was ich so nicht berechnet hatte. Gut, letzter Schritt vor dem Lackieren war dann irgendwann mal Dach. Gut, dann hat man angefangen das Dach und dann haben wir gesehen, okay, eine Ecke fängt man an zu schleifen, oder die Spachtel. Also einmal Dach wieder komplett Blech und dann neu lackieren und das ist es jetzt auch mit einem vernünftigen Aufbau. Es wird jetzt nochmal minimal drüber gespachtelt und einmal noch lackiert das Ganze und dann sind wir beim sauberen Ergebnis. Dann haben wir nämlich unser Auto auch zusammen. So, was noch passieren wird? Ihr seht schon, der Sitz steht schon mal drin, weil ich finde den einfach unfassbar geil. Also der Sitz ist einfach einer der schönsten, der in das Auto passen kann. Recaro A8. Werden wir euch dann auch vorstellen in einem gesonderten Projekt, weil für viele ist der Sitz wahrscheinlich so alt, dass man gar nicht mehr weiß, was das überhaupt für Sitz ist. Übrigens ist angedacht, dass es den 2023 noch als eigenständiges Neubauteil von uns gibt. Dazu aber auch wieder irgendwann mehr. Wie gesagt, Innenausstattung wird so in dem Design. Wir haben schon Rücksitzbank und Türverkleidungen. Himmel ist schon drin in Alcantara, was sehr, sehr geil geworden ist, auch mit den grünen Nähten. Also da könnt ihr mal reingucken. Problematik, die ganzen Typ 2 Fahrer werden es kennen. Es ist ja ein Spannhimmel. Das heißt also kein Formhimmel, so wie bei irgendwelchen anderen Fahrzeugen, sondern wirklich ein Spannhimmel, der in alle Richtungen gezogen werden muss. Und das Alcantara dann wirklich so ist, dass es faltenfrei da oben drinsteckt. Auch wieder viel Arbeit, aber haben wir schon erledigt. Wie gesagt, das ist das, was noch kommt. Fahrwerk wird eine gesonderte Geschichte werden. Folgen habt ihr auch schon mal einen kleinen Einblick gesehen, was da passiert. Und ansonsten bleibt dabei, lasst einen Daumen da und vor allem die Klinge vielleicht mal. Dann wird ihr die immer informiert, wenn wieder ein neues Technik- oder ein neues Projektvideo kommt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann!